Man muss sich immer für die landschaftlich schönen Kurse entscheiden. Deswegen spielt Bianca, spielt Sky, spielt Hidden Forest. Wobei man da nicht viel von der Landschaftsthiefer lauter Wald. Aber, nein, natürlich. Aber landschaftlich ist er tatsächlich sehr schön, der Kurs. Da kann man nichts sagen. Genauso schön wie St. Bayes auch ist. Und das ist ein Hole in One. Wow, Wahnsinn, Quingo. So, Loch zum Hio und zeigt nochmal allen, wo der Hase langläuft. Wer dieses Spiel hier gewinnen möchte und wer dieses Spiel hier gewinnen wird. Wunderschön eingelocht von Quingo. Wahnsinn.